Okay, ein Speicherblock! Speichern ist schön! Oh yeah, der Migräne, bäh! Nochmal der Geruch. Ich wollte eigentlich erst den Block aktivieren. Ich wollte ein bisschen mehr probieren. Ich sollte es nicht mehr probieren. Aber ich wollte das mit dem Block aktivieren. Ich wollte es nicht mehr probieren. Ich wollte es nicht mehr probieren. Ich wollte es nicht mehr probieren. Ah, komm! Das war's. Oh yeah. Geht doch. Und zack. Zack. Oh, fuck. Ah, fuck. Scheiße. Ey, das war unfair. Mein Gott. Fickt euch. Ach, Schlöcher. Mein Gott, ey. Na los. Geht doch. Och, Mann. Gott, ey. Ey, was, ey? Oh, fuck. Geht doch. Geht doch. Ja, der ist, äh... Ey, nee, ne? Ey, what the fuck? Ey, der hat einfach nach der Arte gedreht. Ey, wisst ihr was? Leckt mich am Arsch, du verficktes Hurensohn, scheiß Pollen-Ding, Alter. Missgebürtiges Arschloch. Boah. Schon schwer genug, die Teile hier alle richtig zu treffen. Mein Gott. Hey, Mann, mach doch mal das, was ich dir sage. Kack der Hurensohn, Dreck, Alter. Das sind einer solcher Minispiele, die sie ruhig rauslassen können, ey. Ich war zu langsam. Aha, fickt euch. Ich bleib hier. Ja, fickt dich. Vom Wegen, du hast mich gar nicht mehr berührt. Und komischerweise kommen die Pollen immer da, wo die Stelle... die ganz gereizte Stelle ist. Mein Gott, ey. Ey, es ist nicht wahr. Ich warte. Ich hab... Nee, ne. Äh, das Ding hat Luigi berührt. Oh, was ist das? Fuck, don't... Okay. Ich hab mich beruhigt. Hoffentlich stoppt es jetzt besser. Na los. Geht doch. Die obersten sind eh immer die schlimmsten. Mein Gott. Mein Gott. Meine Güte, ey. Geht doch. Jetzt aber. Immer da. Oh, what the fuck. Ich bleib jetzt. Ich mach nix. Genau deswegen. Oh, soll ich da was machen, wenn ich doch eh getroffen werde? Ja. Oh. Meine Güte. Geht doch. Fick dich. Geht doch. Komm, ich jetzt mal die ganz gereizte. Danke. Meine Güte. Oh Gott. Okay. Oh Gott. Spiel vorbei. Game over. Okay. Okay. Na ja, Bowser. Wenigstens hast du ne Brücke gemacht. Das ist schon mal schön. Okay. Oh yeah. Endlich frei. Ja, ist ja gut, ey. Ja, ist ja gut, ey. Oh Gott. Oh Gott. Okay. Ist da ein neuer Gegner dabei? Ne, warum sollte auch ein neuer Gegner dabei sein, ne? Okay. Hä, okay, hm, ja. Das sind keine Gegner. Äh, what the fuck, ich hab dich nur mal berührt. Und schon wieder wird man gleich unfair. Mein Gott. Ich hab keinen Bock mehr zu kämpfen. Ich will einfach jetzt nur noch zum richtigen Migräne-See. Okay, sind die eigentlich schon, aber... Ich richtig meine, da war ich auch richtig. Oh Gott. Nein. Verpiss dich, Alter. Mein Gott. Tschüss. Meine Güte, ey. Warum müsst ihr mir einmal alles so schwer machen? Geht hier gar nicht lang, oder was? Das ist doch jetzt nicht wahr. Oh Gott. Das ist doch nicht wahr. Das ist doch nicht wahr. Das ist doch nicht wahr.